Sie sind? Silke? Gelangweilt. Sie sind Silve? Nein, Silke! Silke! Woher kennen Sie mich? Facebook. Einfach ein Video gesehen und gesagt, da müssen wir hin. Ich fand es sehr lustig. Sie fanden es sehr lustig. Ich bin ein bisschen irritiert, dass ich gesiezt werde. Tut mir leid, Schwester. Ich weiß auch nicht, warum ich es mache. Vielleicht liegt es einfach automatisch daran, weil du auch siehst wie meine Bewährungshelferin. Tatsächlich weiß ich nicht, warum ich dich gesiezt habe. Wahrscheinlich, weil du so eine Autorität ausstrahlst. Du musst jetzt irgendwas machen, damit die Autorität wieder so auf einer Wellenlänge ist, okay? Sei leise, Land. Nein, nein. Das hat sich voll falsch angefühlt. Tut mir leid, Silke. Silke, es tut mir leid, sorry. Was machst du beruflich? Ich bin Kita-Leitung. Deswegen habe ich Angst. Okay, ja schön, dass du dann bei mir bist. Deshalb umso mehr freue ich mich. Deswegen schenkt den beiden bitte einen wunderschönen Applaus. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.